Was ist ein Vektor? Mit einem Vektor kann beispielsweise eine Verschiebung von einem Punkt A zu einem Punkt B in der Ebene beschrieben werden. Aus geometrischer Sicht ist ein Vektor eine Strecke, die zwei Punkte verbindet und beliebig im Raum verschoben werden kann. Vektoren sind durch Länge und Richtung gekennzeichnet und besitzen eine x- und y-Komponente. Dadurch bildet sich ein rechtwinkliges Dreieck. Die Länge des Vektors folgt nun aus dem Pythagoras. Vektoren können miteinander addiert werden. Um dies zu veranschaulichen, nehmen wir die beiden Vektoren A und B an. Das Zusammenzählen zwei Vektoren erfolgt im ersten Schritt mit der Verschiebung des Anfangpunkts eines Vektors auf den Endpunkt des anderen. In unserem Fall wird B auf die Spitze von A verschoben. Nun betrachtet man die horizontalen Komponenten, also die x-Koordinaten der beiden Vektoren. Diese werden addiert. Dasselbe geschieht mit den vertikalen Komponenten bzw. y-Koordinaten. Der Ergebnisvektor A plus B kann nun als Verbindung des Startpunkts von A und der Spitze von B eingezeichnet werden. Man addiert also zwei Vektoren, indem man ihre Koordinaten teilweise addiert. Auch die Subtraktion von zwei Vektoren ist möglich. Wir nehmen als Beispiel wieder die zwei Vektoren A und B. Die Subtraktion ist in Wahrheit auch nur eine Addition. Zum Vektor A wird der Vektor minus B hinzugezählt. Minus B erhält man durch das Ändern der Vorzeichen beider Koordinaten von B. Grafisch gesehen wird die Richtung des Vektors umgekehrt. Nun wird minus B wieder an die Spitze von A verschoben. Die Verbindung des Anfangpunkts von A und der Spitze von minus B ist der Ergebnisvektor A plus minus B bzw. A minus B. Rechnerisch gesehen werden die Koordinaten von A und B zahlenweise subtrahiert. Grafisch gesehen ist A minus B die Verbindung der Spitzen von A und B. Auch das Multiplizieren von Vektoren ist möglich. Bei der Bildung des skalaren Produkts multipliziert man die Vektoren zeilenweise. Die Produkte der einzelnen Zeilen werden addiert. Das Ergebnis ist kein Vektor, sondern eine reelle Zahl. Ein Beispiel für die Anwendung des Skalarprodukts ist die Multiplikation von Vektoren mit sich selbst. Beim Quadrieren von Vektoren geht man dem selben Prinzip vor. Da dieselben Werte miteinander multipliziert werden, lautet das Ergebnis A x² plus A y². Es besteht auch einen Zusammenhang zwischen dem Quadrat von Vektoren und deren Länge. Die Form für die Länge eines Vektors ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras. Für weitere Informationen ist das Video zum Satz des Pythagoras empfehlenswert. Nach dem Satz des Pythagoras ist der Betrag von A zum Quadrat A x² plus A y². Der selbe Term kommt auch beim Quadrieren von Vektoren vor. Daraus lässt sich folgendes schließen. Wird ein Vektor mit sich selbst multipliziert, erhält man das Quadrat seiner Länge. Das ist ein Vektor mit sich selbst multipliziert, erhält man das Quadrieren von Vektoren.